Rund 1 Rund 1 Sein Gegner in der blauen Ecke aus dem Bonner Box Club, Bilal Moussa Rund 2 Pua Rund 2 Die Bordeaux Rund 1 Rund 3 Rund 3 Rund 2 Rund 3 Rund 3 Rund 3 Meine Männer, ich mach' das. Gut. Mach' das nicht, gut. Jaa! Komm' doch mal. Zit die Kammer. Ist das nicht schade, qui geht? Steht mal zur ersten Runde. Ach nein. Der erste Kampf tritt an mit 78 Kilogramm Kampfgewicht, springiert in der Boxfabrik Mannheim und ist 17 Jahre alt. Ring frei, Runde 2. Runde 2, Runde 2. Runde! Das war für mich, das ist der wichtigste Ort. Runde 3. Runde 3. Runde 3. Runde 3. Runde 3. Wladen Sie die Schauspieler? Küst vonabord swahah, blinken sich dann nicht vor. Grießt! Grießt! Ja! Ja, 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 ja! Maxime, Körper, Körper, Maxime, die aufs Körper! Maxime, gib Körper da! Der Kämpfer in der blauen Ecke, Bilal Moussa, für den Bonner Boxclub, tritt heute an mit 78 Kilogramm Kampfgewicht. Mit einer Kampfbilanz von zwei Kämpfen, ein Sieg, eine Niederlage und ist 17 Jahre alt. Ring frei, Runde 3! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Und der Energie dann!